Servus Leute und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Vanilla. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben beim Bau dieser Scheune und dem Schenken und Beschenken von Menschen. Wo wir ja auch voll Ende das Thema haben. Heute habe ich gar kein so besonderes, spezielles Thema, möchte ich sagen. Und auch keine Hoh dabei, das ist natürlich auch super. Bei Hoh sehe ich es übrigens nicht eins, wie aus einem besseren Material als Stein zu machen, weil Geschwindigkeit spielt keine Rolle und dann läuft man lieber einmal mehr. Ups, ich muss einfach nur an die Crafting Bench. Dann läuft man lieber einmal mehr, finde ich, und hat dafür aber kein Eisen verbraten. Time to farm, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Wie oft habe ich mir jetzt schon ein Hohs gemacht? Naja, gut. Achievement Hunter Light ist unterwegs, habe ich gehört. Machen wir das Dirt hier weg. Und wir sammeln wieder Seeds, damit wir unser Feld hier noch ein bisschen vergrößern können. Ihr seht, das Feld, das läuft richtig gut. Ihr könnt natürlich sagen, ja, hier macht doch eine Automatisierung rein. Gut, dafür bräuchte ich Redstone, aber das wäre jetzt auch nicht so schwer zu finden. Aber ich will das gar nicht. Ich finde diese Automatisierung gar nicht mehr so toll, weil... So ein Feld kann man auch von sich selbst abernten. Holla, die Waldfühle, wenn es hier dunkel wird, sieht das ja krass aus. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, welche Dinger fertig sind und welche nicht. Ja gut, das ist jetzt nicht so nützig, ne? Dann gehen wir mal... Wow, guckt euch das mal an. Wow, da bin ich jetzt gerade selbst ein bisschen geflasht, weil das sieht ja voll schön aus. Das sieht voll cute aus. Kawaii! Oh, Leute, aber guckt euch das mal an. Das sieht doch echt cool aus. Also, unser Haus hat einen richtig schönen Anblick. Also, von vorne auch. Ah ja, Moment. Bäume, die mir hier im Weg liegen. Doch, doch, das... Wow. Muss man mal ein paar Screenshots machen. Hallo, Inventar. Danke. Ach, das ist schön. Und ab ins Bett. So. Boah, da könnte man was cooles draus machen. Ich überlege gerade, was... Ich glaube, wir... Ja, ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Hallo, Hexe. Stirb. Oh mein Gott, was hast du mir mit Füster? Oh mein Gott, sie hat mir Redstone gegeben, wenn man vom Teufel spricht. Das ist doch nicht so schwer, an Redstone ranzukommen, was? Finde ich cool, dass die sowas droppen können. Wenn man nämlich mal gerade keinen Redstone in der Nähe findet, hat man zumindest eine kleine Möglichkeit, an dieses Zeug ranzukommen, wenn man einfach nur Hexen schlachtet. Ah, na, Glowstone kommt man auch an. Kann halt ganz nützlich sein, gerade fürs Tränkebrauen. Also jetzt zum Redstone-Schaltung bauen ist das bestimmt nicht nützlich, aber zum Tränkebrauen ist es bestimmt nützlich, mal Hexen zu schlachten. Ähm, so, wir haben das Holz hier. Jetzt können wir mal da oben ein bisschen weiter bauen. Es wird nicht weit reichen, leider, aber, hey, egal. Ich warte ja immer noch hoffnungsvoll auf einen Patch, der diese scheiß Holzdinger da rauspatcht. Die mich echt hart anpissen. Moment, wir machen mal hier die Hochsäulen erst. Wie hoch ist denn das? Ah, das sollte schon reichen. Ja. Perfekt, doch. So. Ah, da drüben guckst du aber nach oben. Doch, das... So. Ach, jetzt brauchen wir den Dirt. Mein Baudirt. Ah. Gut, machen wir es so. Und dann müssen wir wieder hoch. Einen Glück haben wir hier eine Abkürzung. Die geht noch. Die geht irgendwann bestimmt nicht mehr. Und dann machen wir hier so. Perfekt. Ich habe keine Schaufel. Du weg, du her. Gut. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Machen wir hier Dirty Dirt. Dirty Dancing. Dirty Dancing. So. Hat er noch voll ich Deutsch? Dirty Dancing geguckt? Ich nie. Wieso? Ich weiß nicht. Das ist so ein Klassiker, aber ich habe mich dafür nie interessiert. Also. Das ist natürlich, ja, eher so ein Frauenfilm, aber auch nie mit einer Freundin oder so. Ich glaube, ich hatte noch nie Freundinnen, die wirklich so extrem auf diese ganzen Frauenfilme standen. Was für ein enormer Vorteil. Und wenn man Single ist, dann ist es eh egal. Also, da muss man sich eh mit solchen Sachen nicht rumschlagen. Deswegen bin ich gerade fein aus der Sache raus, was solche Filme angeht. Nicht, dass ich was gegen kitschige Filme unbedingt habe. Also, wenn es nicht zu kitschig ist. Also, manches ist dann, also, manche Filme sind dann, diese 0815 Liebestramen. Geht ihr das so? Irgendeiner kommt neu in die Stadt. Sie verliebt sich in ihn. Alles glücklich. Plötzlich findet sie ein dunkles Geheimnis von ihm raus. Welches nicht ansatzweise schlimm ist, aber sie macht ein Drama draus. Deswegen fängt sie dann an, ihn zu hassen. Wobei genau das, was er macht, eigentlich das ist, was sie an ihm toll findet. Aber egal, sie hasst ihn jetzt, weil sie die Wahrheit kennt. Bla, bla, bla. Wo ist meine eine Erde? Ach, sie ist runtergefallen. Ähm, ich hab das hier irgendwann vergessen. Ich wollte nicht hier rein. Ich wollte Bäume fällen. Leid. Denken. Ja, und auf jeden Fall dann, ja, sie, sie, sie macht hier voll den Drama. Und er rennt dann ihr hinterher und bla. Und am Ende sind sie wieder happy zusammen. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir das Ende vom Film verraten, wenn er angefangen hat. Ich find sowas total schlimm, wenn ich immer das Ende vom Film verraten kann, wenn er anfängt. Das hab ich so gemocht bei Django. Da hat er einfach alles nicht aufgehört. Und es ging alles noch weiter. Natürlich total übertrieben, aber das war cool. Oder Illuminati, mein absoluter Lieblingsfilm, was das Ending angeht. Weil das war wirklich etwas, was ich zumindest nie erwartet hätte noch. Diese Wendung. Nicht in dieser Art zumindest. Weil der Film war eigentlich schon vorbei. Man hat so gedacht, okay, jetzt plänkelt der noch ein bisschen öde aus. Und dann hauen sie aber nochmal sowas Krasses da raus. Dass das echt faszinierend ist. Also wow. Da denkt man echt wow, wow, wow. Finde ich auf jeden Fall krass. Doch, das war so ein Film, wo ich gedacht hab, Respekt an die Produzierer. Die haben da sich wirklich was ausgedacht. Gut, ja, es ist nach einem Buch wahrscheinlich nachempfunden, welches genauso endet. Okay, Respekt an den Autor, der da sowas gemacht hat. Ja, aber man muss auch immer eines sagen. Wenn man immer sagt, ja, hier, das ist eh alles nur eine Verfilmung von einem Buch. Eine Verfilmung von einem Buch heißt nicht, dass das eine leichte Aktion war. Weil ein Buch kann ganz anders Gefühle und Emotionen mitteilen als ein Film. Viel besser. Weil in einem Buch kannst du es einfach schreiben. Er wirkte bedrückt. Dann wirkt er halt bedrückt. Und deine Fantasie macht daraus einen bedrückt wirkenden Menschen. So, jetzt musst du das filmen. Das heißt, du musst einen Menschen, der wirklich bedrückt wirkt, filmen. So, dass jeder halbwegs normale Mensch, der es auch versteht, unter Erwirkte bedrückt. Das ist wirklich eine Kunst. Da gibt es Schauspieler, die haben das richtig gut drauf. Und welche, die haben das halt nicht so gut drauf. Und die, die es wirklich drauf haben, die kosten halt auch entsprechend viel. Sehen wir uns mal Green Mile an. Einer der mit den besten Schauspieler, die wirklich diese ganze Trauer und Erleichterung und alles immer gut zeigen konnten. Also, wirklich grandioses Meisterwerk. Green Mile sowieso ein Film, wo ich denke, den sollte man mal gesehen haben. Einfach, weil Green Mile ist einfach so ein Film. Der lässt einen nachdenken. Todesstrafe, gut oder schlecht. Ich habe ja mal in meinem Prisoner Attack letzten Mal schon über Green Mile kurz geredet. Es ist ja einfach fantastisch, dieses Green Mile. Es ist einfach schön. Ich sehe nicht. Da ist noch ein Holzstamm, oder? Geht er kaputt so? Nee. Okay, jetzt. Haben wir Saplings da. Was habe ich denn hier gemacht? Habe ich hier einfach den unteren vergessen? Na gut. Klug von mir. Doch, doch, durchaus. Ja, hier diesen Wald sollten wir natürlich nicht so abforsten, dass er komplett leer wird, weil hier ist ja eigentlich... Oder wir könnten... Ich bin jetzt gerade am überlegen. Eigentlich wollte ich hier so einen Hexenbereich machen. Natürlich könnten wir das hier auch einfach nur komplett terraformen hier. Das ganze Gebiet. Ähm, nee. Also so, dass wir hier alles weghauen und dann dort uns ausbreiten. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so cool. Nee, wir wollen jetzt so einen Bergen. Also da machen wir hier hinten so einen Hexenwald wirklich hin. Äh, das hier kommt natürlich wieder alles weg. Die ganzen Bäume hier, die sind jetzt nur für die Scheune aktuell da. Ist ja klar, dass es hier kein Tannenwald neben der Scheune stehen soll direkt. Es ist zwar... Ich weiß nicht, das finde ich immer so total unidyllisch. Wenn neben einer Scheune oder so so ein riesiger Tannenwald... Wenn das mitten im Wald irgendwo Häuser stehen, finde ich das total unidyllisch. Also so große Häuser, sowas wie eine Scheune halt. Das passt mir in so eine gerade Ebene. Für mich persönlich. Das finde ich immer viel idyllischer, wenn es nicht so im Wald verborgen steht und versteckt. Weil so große Häuser sollten sich nicht verstecken müssen. Das klingt jetzt dumm, aber... Es tut mir leid, so ist es halt. So sehe ich es halt. Ich bin halt da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich sehe auch viele Landschaften anders an als andere Menschen. Wenn andere Menschen laufen hier vorbei und... Ach Mist. Andere Menschen laufen an manchen Sachen vorbei. Und denken sich, ja, ist ganz nett und dann war es das. Und ich bleibe da stehen und dabei laufe ich an etwas vorbei, was andere Menschen stundenlang anschauen können. Beispiel... Manche Menschen finden es so faszinierend, wenn irgendwo... Auf einem Waldweg Blumen wachsen. Einfach so... Cool. Einfach so Blumen da sind und die da voll stark wachsen und cool aussehen und so. Und ich sitze so da und das sind halt Blumen. Also... Das hat nicht mehr typisch... Man mag halt keine Blumen zu tun, sondern das hat mehr was mit... Ähm... Typisch Light. Ist wieder komplett auf andere Seiten fixiert. Weil wenn alle Menschen auf diese komischen Blumen starren, steige ich in die Ferne und gucke den geilen Berg an, der da einfach nur aus den Wolken empor kommt oder so. Oder in die Wolken seinen Kopf reinsteckt besser. Meistens ist man nicht so hoch, dass man über den Wolken steht. Ähm... Das finde ich viel faszinierender. So einen richtig krassen Weitblick. Da erinnere ich mich noch an Wanderungen. Wir machen öfters Wanderungen als Familie und... Oh, da erinnere ich mich noch an teilweise so schöne Augenblicke, wo so viel Schönes man sehen konnte. Wups! So, wie muss man denn das hier machen? Wir müssen hier einmal so rüber. Und dann da hoch. Das ist irgendwie falsch. Moment mal. Wir haben was hier gemacht. Doch, das ist richtig. Warum ist denn das hier jetzt falsch? Achso, weil hier eine Säule ist. Hier nicht. Haha, hier darf keine Säule hin. Okay, verstehe. Wie ist das hier gelöst? Das ist komplett nach oben, oder? Einmal rüber, komplett nach oben, ja. Einmal rüber, komplett nach oben. So, bitteschön, dankeschön. Und die Säule kommt hier weg. Die ist auch viel zu nah an der anderen Säule dran. So, das hier ist schon wieder eher was von einer Säule hinkommen könnte. Und die machen wir auch. Die machen wir hier. Und dann machen wir sie natürlich auch hier drüben. Müssen wir gerade mal gucken, wie das alles hier aussieht. Das sieht einfach cool aus. Das hat einfach seinen gewissen Charme. Klar müssen wir hier noch einiges machen. Äh, das war einfach nur ein Querbalken. Naja, genau. So. Genau, jetzt steht das so zusammen. Symmetrie ist halt doch wichtig. Ja, krass. Haben wir schon einen Großteil des Dachs abgedeckt. Jetzt müssen wir aber wieder Holz sammeln und vor allem immer wieder schlafen gehen. Weil ansonsten greifen uns die Monster an und das wollen wir ja nicht. Alter, ich finde den Wintergarten, finde ich total cool. Also, schaut mal an, was von der ersten Folge bis jetzt hier entstanden ist. So, allein in Minecraft so. Ist doch wunderschön, oder? Also, ich finde allgemein hier, wow. Ich bin so froh, dass ihr dieses Let's Play jetzt so annehmt. Weil das ist einfach schön. Das ist einfach schön. So, nom, 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 nom. Brauchen wir erstmal wieder Holz hier. Na, gut. Ihr wisst übrigens, ähm, wenn ihr interessante Ideen habt für Themen, könntet ihr mir gerne immer in die und unten in die Kommentare posten. Ähm, einfach weil ich natürlich auch immer nach Ideen suche und öfters mal auch gar keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Und dann halt, das sind dann diese Folgen wie diese hier, wo ich keine speziellen Themen habe, wo ich dann einfach über irgendwas rede, was mir in den Kopf kommt. Und da kann man diese Themen, diese Videos kann man natürlich dann füllen mit den euren Themen, das ist ja ganz klar. Da sollte ich mir auch eine Liste anlegen mit den Sachen, die ihr mir da vorgeschlagen habt, damit ich so ein bisschen den Überblick da behalte. Wo muss ich denn hier raus? Da, Hilfe. Und, ah, okay, haben wir schon. Haben wir schon geschafft. So. Perfekt. Oh, diese Musik ist mal so schön. Ich finde die wunderschön. Also mir macht es wirklich auch Spaß, dann da einfach zuzuhören und entspannen. Und ich denke, es macht euch ja auch Spaß, denn... Oder dir Spaß, denn... Aktuell bist du ja nur eine Person wahrscheinlich, die mir zuguckt und... Hey, du würdest diese Videos nicht gucken, wenn du nicht auch, ähm... So ein bisschen ruhiger gern mal bist und ein bisschen... Und ein bisschen... Okay, das funktioniert leider nicht. Wir gucken, ob da der Stand bleibt. Manchmal bleibt der Stand... Bei manchen Servern zumindest funktioniert es, dass da der Stand bleibt von dem Abbau. Das heißt, man kann nur hochspringen und abbauen. Das ist ganz nett. Okay. Hat natürlich keinerlei Logik, aber das muss es ja auch nicht unbedingt. So, machen wir mal hier weiter. Wir wollen erstmal hier die Säulen fertig bauen. Und zwar würde ich sagen... Wo haben wir denn hier überall Säulen? Wir haben nur an dieser einen Stelle Säulen. Dann machen wir auch nur an dieser einen Stelle hier drüben Säulen. Perfekt. Und dann haben wir von dort gezogen. Ja. Ach Mist. Die bekommen auch keine Zwischensäulen. Die bleiben einfach so... Ah! Jedes Mal erschrecke ich mich. Jedes Mal erschrecke ich mich. Richtig schlimm. Oh Mann. So. Und dann machen wir hier eine Säule. So. Perfekt. Wie ist das Ding geregelt? Eins rüber. Und... Hoch. Hoch. Und wir haben hier schon wieder eine Säule gemacht. Warum denn eigentlich? Nicht doof? Na, antwortet einfach nicht. Nein. Ah. Ernsthaft? Dann muss ich hier hochkommen. Das hat ja sonst keinen Sinn. Und jetzt. Ob das Holz reicht. Vielleicht ganz knapp. Das wäre ja fast ideal. Das reicht zumindest noch, um hier diesen Querbalken zu bezimmern. Für den Rest reicht es wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist ja auch egal dann. Ey, Alter. Wir haben ja echt schon das Dach hingekriegt, Leute. Wow. Und ich sollte nicht, ey, Alter sagen. Das ist ja wirklich schrecklich. Und es fehlt ein Holzblock. Boah. Schlimm hier. Schlimm. Gib uns die Holzdinger, ey. Ach guck mal, da liegt der eine Holzblock. Der ist uns vorhin runtergefallen. Ha. Ja, Mist. Einen Baum hätten wir nicht fällen müssen. Egal. Wir sind sehr umweltbefreund. Förster. Wir dürfen das. Ja, doch. Wir hätten ihn fällen müssen. Wir müssen ja doch noch den Querbalkenzimmern. Das ist die falsche Höhe. So, jetzt. Perfekt. Ob die früher auch so die Häuser gebaut haben? So springen und dann hinsetzen des Baums? Bestimmt. Bestimmt haben die das früher so gemacht. Ja, cool. Und jetzt haben wir hier unsere kleine... Zweite... Kleines Werkstockwerk mit Dach. Wir machen hier noch überall Fackeln ran, damit hier nicht so viel spawnen kann. Und sollten mehr Fackeln holen. Mir fällt kein Reim mehr ein. Verdammte Scheiße. Deswegen fluche ich jetzt. Ampropos fluchen. Wir sollten dieses verfluchte Feld dahinten mal erweitern wieder. Mann, war das eine gute Überleitung. Ich könnte mich dafür selber hauen. So, so, so. Irgendwie ist die Spawnrate von den... Sind die fertig? Nee, oder? Nee. So, irgendwie ist die Spawnrate von diesen Seeds ziemlich runtergegangen, oder? Wir kriegen teilweise sehr wenig Seeds. Ich glaube, ich habe hier gerade zwei nicht fertige abgefüllt. Egal. Na, die sind alle fertig hier. Das ist gut. Sieht bestimmt irgendwann richtig cool aus, wenn hier mal alle... Wenn die alle hier mal fertig sind, fertig gewachsen sind. Dann hätte das bestimmt so einen gewissen Charme. Mit dem ganzen fertigen Getreide hier. So, so, so. Wie braucht man noch? Vier. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Das sieht doch echt cool aus, die Scheune. Also, die ist inzwischen echt geworden. Warte, wir können ja mal hier hochgehen. Und sie uns anschauen. Mit dem F1-Modus ein Foto machen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light over. And out.